Was klappt meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, die Tatsche AR kam heute raus und wir müssen mal gucken, wie sie sich jetzt verhalten wird, denn die P90 ist rausgenommen worden und ich bin mega gespannt, das neue Item auszuprobieren und zu sehen, wie stark sie wirklich ist. Lasst eine fette Bewertung da, ich ziehe auf euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oha. Das neue Item gibt es einmal in blauer Variante, in epischer Variante und in goldener Variante. Mir ist es also komplett egal, in welcher Version wir das Item finden, denn ich will das Item einfach nur am Anfang direkt haben. Und damit dann fett rasieren, aber ich finde das Item nicht. Ist die Falle oben? Oder vielleicht doch unten? Aha. Aha. Ich habe den Kopfschuss gegeben. Und jetzt wechsle ich zu meiner anderen AR. Noch ein Schuss. Uiuiui. Das ist sowas von One-Shot, ne? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Freunde? Warum sind hier so viele Gegner? Gib mir das Item. Gib mir das Item. Gib mir das Item. Gib mir das Item. Das neue Item. Können wir jetzt ein bisschen chillen? Freunde, ein bisschen chillen hier. So viel Hack mit am Anfang ist nicht gut. Ich will doch nur das neue Item finden. Cheat mal ein bisschen, ja? Ohne Witz. Chillt mal. Lass mich mal ein bisschen atmen hier. Da kommt direkt der nächste Orang-Utan. Wo ist denn der Dude? Ist er hier oder was? Aua. Er hat die neue Waffe, Leute. Das ist eigentlich unsere Chance. Das ist unsere Chance. Nicht der Typ, aber der andere, den wir gerade gehört haben. Aber erstmal muss ich hier runter und gucken, ob ich hier ein bisschen heal finde. Ein bisschen heal wäre so nice, ne? Schilddrank. Komm schon. Ist noch ein Tor. Das ist mega geil. Komm schon, Schilddrank. Please. Ja, Mann. Und die in Gold. Leute, ich will aber das neue Item. Ich will keine Kampfschrotfrente in Gold. Gib mir das neue Item in Gold. Freunde, was kann man sonst noch zu diesem Update sagen? Und zwar, die haben jetzt die Kugler genervt. Ihr wisst, Kugler hatten normalerweise 400 HP am Anfang. Jetzt hatten sie nur noch 200. Und jetzt nach diesem Update haben sie sogar nur noch 150. Außerdem wurde die Drum Gun genervt. Und, ihr wisst, John Wick wurde ja schon gelegt. Aber, mittlerweile gibt es seit dem Update coolere Fotos, wo man den John Wick sehen kann. Aha. Aha. Chucky. Du hast einen Chucky, Bro. Habt ihr diesen Bug gesehen gerade? Geh mal hier komplett runter. Immer noch dieser Bug. Wenn du ein Item lootest, plötzlich das Item gedroppt wird. Aber was ich sagen wollte. Auf jeden Fall wird es bald einen neuen John Wick Modus geben. Man kann jetzt schon sehen, wie der neue John Wick Skin in dem neuen Modus aussehen wird. Mega cool, finde ich persönlich. Epic Games kooperiert ja in letzter Zeit mit so vielen Firmen zusammen. Unter anderem wird jetzt auch der neue John Wick Film rauskommen. Und ich bin mega gehypt. Ihr wisst, Freunde. Wenn der neue Modus rauskommen sollte, werde ich natürlich streamen. Meint, der wird drauf reinfallen? Nooo. Raus hier. Das hat sich gerade nach einem Grappler angehört. Da hinten. Okay, nice. Ich glaube nicht, dass er so viele Mets hat. Ja, verschwende ruhig deine Mets. Alles gut. Verschwende ruhig deine Mets. Sehr gut. Verschwendet beide eure Mets. Macht es richtig gut. Nein. Komm schon, Bro. Hast du das neue Item? Nein, das kann nur mir passieren, ne? Das kann nur mir passieren, Freunde. Scheiße. Nein. Gib mir das neue Item. Du hast auch einen Chucky? Hast du das neue Item? Sie hat das neue Item. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben endlich das neue Item. Das war mega knapp. Muss man ja mal gesagt haben. Ohne Witz. Du hast mich fast bekommen. Hättest du vielleicht das neue Item benutzt? Dann hättest du mich gekehlt. Du weißt, die Tommy Gun wurde genervt, Kollege. Da liegt hier sogar ein Gold, Freunde. Oh mein Gott. Okay, ich freu mich schon. Ich bin grad mega gehypt. Let's go. Ohne Witz. Ich nehm dann lieber die blaue Tactical mit. statt die neue komische goldene Kampfschrottflinte. Ohne Witz. Aber ist auch egal, Freunde. Wir haben jetzt endlich das neue Item. Ich brauch unbedingt SMG-Money. Hat er sicher noch ein bisschen Loot? Und warum hatten sie so viele Ressourcen bei sich? Okay, let's go, Freunde. Ich bin grad mega gehypt auf das Item. Ich hab das Item schon ausprobiert, aber noch nicht so, dass ich mir meine eigene Meinung bilden kann. Jetzt müssen wir Gegner damit abschlafen. Mit unserem John Wick. Mit unserem Fake John Wick Skin. Den müssen wir jetzt mittlerweile so nennen. Wenn der neue Modus rauskommen sollte, dann müssen wir den hier Fake John Wick nennen. Hier haben wir noch einen großen Schild dran. Nice. Ich brauch Gegner. Freunde, falls ihr das Item schon ausprobiert habt, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Item gut findet oder sagt ihr, nee, Mann, P90 war cooler oder ich werde trotzdem weiterhin bei der SMG bleiben. Weil ihr wisst, das Item soll angeblich halt nicht so toll sein, wenn ihr aus der Ferne damit schießt. Also ist eher eine Nahkampfwaffe. Und ich würde das echt gerne jetzt mal an einem Gegner ausprobieren. Komm schon, Bro. Irgendjemand hier? Niemand? Egal, wenn wir die restlichen noch kehren sollten mit der neuen Waffe, dann ist alles gut. Ach, Community, Community. Das kann doch nicht sein. Warum finde ich hier niemanden? Oh, da sind, glaube ich, wirklich welche. Habe ich einen Jump-Hit? Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich hat er nicht so viel Abwehr, aber trotzdem können wir mal gucken, ob wir ihn aus der Ferne treffen mit der neuen Waffe. Leider nicht. Ja, der kommt zu mir. Nein. Mit der neuen Waffe. Ratatatata. Der heizt sich jetzt locker. Oh mein Gott. Böser Junge. Böser Junge. Ja, komm, dann heilen wir uns beide, okay? Du heilst dich, ich heil mich. Wenn du so einer bist, dann heilen wir uns beide, okay? Du hast mir einen guten Schuss gedrückt. Verschwinde ruhig, Mads. Ich habe High Ground. Du nicht! Er hat Angst vor dem Skin. Er gönnt sich die ganze Zeit Schildtränke. Ich muss ihn leider so killen, Freunde. Ich muss ihn leider so killen. Er hat Mad Kid. Gib her, das Mad Kid. Das brauche ich sowas von. Du Monkey hast du aufgeregt, ne? Schildtrank. Ich muss ihn mit der Taktik gekehlen. Aber trotzdem, ihr seht, Freunde, mit der neuen Waffe kann man gut Damage machen. Druck vom Feinsten. Lass mich erstmal kurz trinken hier. Hatte auch kein Jump-Head, leider. So ein Rentier, ne? So ein Rentier! Okay, wir müssen weiter Gegner rushen gehen. Ah. Hier ist wirklich jemand. Aber wo ist die Frage? Da rechts oder da oben? Jetzt ist die Frage, ist jemand über mir? Ich weiß es wirklich nicht. Ich sollte mal kurz High Ground gewinnen. Ich habe ja eh meine Hängegleiter. Kurz nachladen. Ich bin halt One-Shot, wisst ihr, wegen Heavy-Sniper. Der Monkey ist halt irgendwo unter mir. Okay, warten wir kurz, bis die Zone bei mir ist. Aha. Aha. So einer bist du also. Ich habe Hängegleiter. Das Ding ist, unter mir ist halt noch jemand, wisst ihr? Oh mein Gott, in der Luft noch fett gebrettert hier, wie so ein Neandertaler. Auf Wiedersehen. Aha. Ich weiß, unten können die das easy kaputt schießen. Guckt euch mal den Monkey an. Wir müssen gleich in die andere Richtung. Weißt du, dass ich hier bin? Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich hier bin. Schade. Wenn er noch einmal auf mich schießen sollte. Er hat mir zurückgemacht. Ja, okay. Jetzt hast du es nicht anders gewollt, mein Junge. Lass mich in Ruhe. Ich habe noch fünf Hängegleiter, 500 Ressourcen. So wie ich gerade meine Metz verschwenden, ist nicht nice. It's not very good, my friends. Und jetzt heißt es, auf in den Krieg. Er hat immer Angst, wenn ich auf ihn schieße mit der neuen Waffe. Dann rieche ich Eierflattern jedes Mal. Und jetzt benutzt er einen Jump Head. Ist das schön? Ich glaube nicht. Komm raus, Junge! Er riftet einfach. Gut, dass da keine Falle war. Leute, hätte er jetzt dort eine Falle platziert, dann wäre es das. Der chillt noch oben. Er denkt auch Arena. Er denkt auch komplett Arena. Komm, ich gehe den AirDrop aufmachen. Nein, lass mich in Ruhe, ihr kleinen Pilzköpfe! Ihr kleinen Pilzköpfe! Ich habe nicht mal so viele Metze. Oha! Rocket Launcher, Isla. Weißt du was? Dann machen wir das mal so und so. Was sind die Rüstung? Piu, 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 Piu! Runter mit dir! Runter mit dir! Aha! Mit einer neuen Waffe muss ich dich killen! Das ist meine Mission! Leider nicht. Geschafft, Freunde. Ich musste das machen. Ich musste das tun. Jetzt habe ich keine Metz mehr. Ärgerlich. Ich bin am Arsch ohne Metz. Komm schon. Ein Rocket Launcher. Ich weiß, dass der Dude über mir einen Rocket Launcher hat. Leute, ich habe keine Metz! Wo ist der Monkey? Wo ist der Monkey? Nein! Mit der neuen Waffe muss ich ihn killen! Komm schon! Mit der neuen Waffe! Jetzt aber! Ja, Mann! Mit der neuen Waffe habe ich ihn wirklich gekillt! Oh mein Gott, Freunde! Mein Plan war es, mit der neuen Waffe das Spiel zu gewinnen. Und ich habe es wirklich geschafft! Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ich Daumen nach unten... Abonniert diesen Kanal für weiteren Content und bis zum nächsten Mal! Die neue Waffe gefällt mir, Freunde! Haut rein! Peace!